Gut, Freunde, dann wollen wir mal. Sierra Kid, Sierra Kiddo hat wieder einen neuen Song draußen. Und Liebe geht erstmal raus. Er hatte mich gestern, glaube ich, geradet, gehostet oder geradet. Ganz viel Liebe, ganz viel Liebe an den Guten. Wann hört der Schmerz auf? Ach ja, by the way, Kid, falls du das sehen solltest. Ich habe mit Caruso bzw. Kappa geredet. Und in zwei bis drei Wochen wollen wir mal wieder zocken. Also, Kid, komm mal bitte ran. Komm mal bitte wieder ran. Wir wollen mal wieder Warzone zusammen zocken, Alter. Also, wann hört der Schmerz auf? Oh Gott. Oh Gott, Hilfe. Hilfe. Eine Box? Okay. Kommt ein Album? Habe ich da was verpasst? Kommt da ein Album? Okay, USB-Stick mit was? No way. Was? Mit den allen Instrumentals? Okay, das ist schon mal geil. Beat-Spuren mit Mix und der kompletten Mixing-Vocal-Chain? Wow, Alter. Okay, das ist krass. Das ist echt... Das ist echt nett. Das ist echt nett, muss ich sagen. Das ist echt nett, Alter. Wow. Wow. Das ist echt ein krasser Move, Alter. Ähm. Okay. Ich würde sagen, let's go. Wann hört der Schmerz auf? Ich blute, es tut weh, ich blute aus. Schau nach oben, gib mich nicht auf. Falte die Hände, wann geht es zu Ende? Warte mal. Warte mal, ganz kurz. Warte mal. Ich habe da gestern was gehört. Ich hatte nämlich mir das Album mal durchgehört. Ich glaube... Diese Melodie. Ich weiß nicht mehr, woher die kam, aber da muss ich gerade übelst dran denken, Alter. Ich blute, es tut weh, ich blute aus. Das sind aber nicht die gleichen Chords, aber irgendwie muss ich da dran denken, Alter. Schöne Melodie. Schau nach oben, gib mich nicht auf. Falte die Hände, wann geht es zu Ende? Sag, wann hat der Schmerz auf? Ich blute, es tut weh, ich blute aus. Schau in mein Innerstes, lass gut drauf. Wieso lass ich es so weit kommen? In der Küche, Tabletten, Schrank wie ein Doktor. Meine Geister verfolgen mich, bitch, als wär ich ein Rockstar. Die Tränen liefern immer egal, ob Thunfisch oder Lobster. Du hast recht, der Tod ist noch nicht da, aber er klopft an. 500 PS sind hier zu schnell für einen Menschen. Schau in der Tabletten, verschrieben kriegt, um das hier nicht zu beenden. Drück drauf im SL, wenn du beef willst, komm ran. Außen bin ich lieb und nett, aber innen ist dieses Monster. Blüte zu Gott, hol es raus. Und ist es morgen auch so, hoff ich, ich wach nicht mehr aus. Sag mir, mein Hörter schmerzt auf. Ich blute, es tut, wie ich blute aus. Schau nach oben, gib es nicht auf. Falte die Hände, mein Bild ist zu Ende. Mein Hörter schmerzt auf. Ich blute, ich blute aus. Ey, ich bin eigentlich echt kein, kein Fan von, 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 äh, Kopfstimmen. Aber es passt hier so krass rein, hätte ich ja niemals gedacht, Mann. Tut, wie ich blut aus. Schau in meine Lust, ich lasse nur raus. Wie soll es, wie ich so bekomme. Digga, das, ey, das Sample oder die Melodie kommt mir so bekannt vor. Ich, es ist nicht von Polarkreis oder so, aber ich, safe call hab ich da drauf schon mal vor 10 Jahren oder so, irgendwie ein Beat draus gebaut oder sowas. Mega schön, wirklich. Flo, dankeschön für deinen Prime, Mann. Weint er da? Oh Gott, fuck, Alter. Boah, jetzt muss ich direkt an das, das Video denken, das ich auf Instagram hochgeladen hab. Weil, ich hab nur einen kleinen, kleinen Teil davon gezeigt. Aber genau so hab ich mich gefühlt. Genau so. Ich hab eigentlich durchgehend geflampt dabei, Alter. Jetzt weiß ich auch, warum ich gesagt hab, ich wollte den Song nicht am Donnerstag oder Freitag direkt hören, weil ich nicht bereit dafür war, Alter. Ich war nicht bereit dafür, Mann. Ich hab das. Ich hab das. Warnet der Schmerz auf? Ich blute, es tut weh, ich blute aus. Schau nach oben, gib mich nicht auf. Falte die Hände, wann geht es zu Ende? Sag, wann hört der Schmerz auf? Ich blute, es tut weh, ich blute aus. Aber ich sag euch ganz ehrlich, die Stimmlage fühl ich gerade, Alter. A-Alaikum Salam, Apache, wie geht's dir, Mann? Ey, also, das ist eine Stimmlage gerade, was? Der Hund, warte mal ganz kurz. Warte mal. Der Hund träumt gerade. Oh mein Gott, ist das süß. Warte mal. Warte mal. Kann man das sehen? Aber jetzt bist du wieder ruhig, oder wie? Okay, okay. Keine Ahnung, was die da veranstaltet. Hey, Luki. Schau in meine Liste, es lässt Wut raus. Wieso lass ich es so weit kommen? Wann hört der Schmerz auf? Ich blute, es tut weh, ich blute aus. Schau nach oben, gib mich nicht auf. Falte die Hände, wann geht es zu Ende sein? Wann hört der Schmerz auf? Ich blute, es tut weh, ich blute aus. Schau in mein Liste, es lässt Wut raus. Wieso lass ich es so weit kommen? Wann hört der Schmerz auf? Ich blute, es tut weh, ich blute aus. Schau nach oben, gib mich nicht auf. Falte die Hände, wann geht es zu Ende sein? Wann hört der Schmerz auf? Ich blute, es tut weh, ich blute aus. Schau in mein Liste, es lässt Wut raus. Wieso lass ich es so weit kommen? Puh, oh Mann, ey. Ich hoffe, dem geht es irgendwann mal wieder gut, Alter. Das ist so traurig zu sehen, dass es dem einfach... Was ist das denn, Alter? Ist das die Generation? Ach, sind wir mal ehrlich, der macht auch schon seit zig Jahren Musik, Alter. Das hat nichts mehr mit Generationen zu tun, Alter. Das ist so crazy, Mann. Es wird echt Zeit, dass es dem einfach wieder gut geht, also wirklich. Also das Weinen in der Mitte, das hat mir ein bisschen... Ein bisschen das Herz gebrochen. Ich finde, sowas... Ja, sowas höre ich einfach nicht gerne, oder? Einfach Pech im Leben hat er. Puh. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Bis zum nächsten Mal.